Die Bayreuther Festspiele in ihrem Kino. Erleben sie brillante Bilder in High Definition. Ein faszinierendes Klangerlebnis und ein exklusives Pausenprogramm. Parsifal. Wenn man damit geschickt umgeht, dann kann man einfach die Aktualität dieser Musik und dieser Bühnenwerke mühelos transportieren. Auch heute noch. Unter der musikalischen Leitung von Andris Nelzons. Für mich ist der Parsifal auch ein hochmeditatives Stück, weil die Musik wirklich ruhige und ganz intensive Gefühlsstimmung widerspiegelt. In einer Inszenierung von Uwe-Erik Laufenberg. Parsifal erzählt eine Welt, die von Religion, auch von Religionskriegen besetzt ist. Parsifal. Am 25. Juli 2016. In ihrer UCI Kinowelt. Parsifal. Vielen Dank.